Bertha, Priester. Hi Bertha. Es war gleich hier, das weiß ich genau. Es war gleich hier, das weiß ich genau. Wir gucken, Lon. Okay, Lon sieht auch nicht gut aus. Worum geht wie ihr wünscht? Mit Lon kann ich auch nicht reden. Was ist das? Seid ihr es wirklich, der da vor mir steht? Wie schön, Rassat, euch wiederzusehen. Ihr kennt mich, Milch. Mit euren Augen ist alles in Ordnung, Freude. Ich bin es höchstpersönlich und in Fleisch und Blut. Von Kerzenburg bis Tiefwasser jubelt man meinen Namen, Brennoir. Nein, Rassat, eure Augen täuschen euch nicht. Aber bald werdet ihr euch wünschen, sie täten es. Schön, euch wiederzusehen. Und ihr, mein Freund, wie ist es euch angangen? Gut und euch? Ich wurde heute Abend fast getötet, aber nur fast. Also denke ich, dass es mir gut geht. Fast getötet, sagt ihr? Do they truly need to say it? It's unlikely they would be standing here now, had the assassins finished the job. Muss es wirklich gesagt werden? Es ist unwahrscheinlich, dass sie hier stehen würden, wenn die Bäuchebörder ihr Werk verrichtet hätten. Was ist denn passiert? Ich nehme an, ihr habt von Kailas Kreuzzug gehört. Die strahlende Dame Kaila ist passiert. Genauer gesagt, Attentäter, die ihr Zeichen trugen. Ein Trieb von Attentäter im Diesel von Kaila Arsch und dann in den Herzogpalast ein und versuchte, mich und Imoen zu töten. Ist Imoen gut? Sie hat das Schlimmste des Angriffs abbekommen. Hat sie ziemlich durchgeschüttelt, aber sie wird überleben. Ob das immer auch von Kaila Argen gesagt werden kann, bleibt abzuwarten. Ah, das ist kein soziales Kalt, dann. Ich glaube, ihr möchtet die Kampf zu Kaila selbst. Ah, das ist also kein Höflichkeitsbesuch. Ich nehme an, ihr wollt den Kampf zu Kaila selbst tragen. Ihr wisst, es gibt ein paar Dinge, die ich nicht für euch machen würde, mein Freund. Aber ich kann euch nicht mit dem helfen. Ihr wisst, es gibt wenige Dinge, die ich nicht für euch tun würde, mein Freund. Aber damit kann ich euch nicht helfen. Ich muss echt nochmal das Spiel spielen mit einem guten Charakter und ihn mitnehmen. Er scheint nämlich ein ziemlich interessanter Typ zu sein. Während sich die meisten auf Kailas Kreuz zu konzentrieren, breitet sich eine andere, subtilere Dunkelheit aus. In den letzten Wochen sind viele Diener von Selun verschwunden. Seid ihr sicher, dass hier etwas Faules vorgeht? Die sind turbulente Zeiten. Eure Kollegen gehen vielleicht ihren eigenen Angelegenheiten nach und haben schlichtweg vergessen, euch darüber zu informieren. Ich kann die Möglichkeit nicht leugnen, aber es ist ein Risiko, das ich mir nicht leisten kann. Vergebt mir. Vergebt mir, Benoir. Es gibt nichts zu vergeben, mein Freund. Die Seluniten brauchen euch. Ich komme schon klar. Eure Gesellschaft wird uns fehl in Rassat. Nehmt wohl. Ich hoffe, wir treffen uns wieder. In Ordnung. Verschwendet eure Zeit mit Gesillen, Schafen und Erinnerungen eures Bruders, um euch Gesellschaft zu leisten. Ich brauche weder euch noch jemand anderen, um mir dabei zu helfen, mit der strahlenden Dame fertig zu werden. Ja, nehmen wir die zwei. Ich auch. Neuer Tagebuch, heute Tag, direkt. Möge die Herrin des Mondes, eure Bemühungen segnen. Rassat wird sich mir nicht anschließen. Rassat, der derzeit im Eisenton arbeitet und sich um die Flüchtlinge kümmert hat, meine Einladung abgenehmlich auf Reisen gehen, um den Norden nach Drakenspär zu begleiten. Er bevorzugt, persönliche Angelegenheiten zu erledigen, denen er sogar vorrangig von der Bedrohung gewährt, die von Kela ausgeht. Mhm. Regulierungskampagne. Ich könnte vor uns die zähle, verbündet im Gasthaus zu den drei alten Fesseln, die da werde elf Gesang bei Eisenton oder im Hauptbett hier der Flamme dem Faust finden. Mhm. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Oh, Lodd ist jetzt aufgewacht. Ihr seid verrückt, weil ich habe gar nichts gestohlen. Äh. Ihr steht die Leute in eurer Nähe, um was geht es hier? Ich heiße Bertha. Ich habe ihn da heute Morgen mein heiliges Symbol anstarten sehen. Und jetzt ist es weg. Er hat es gestohlen. Äh. Ihr seid also eine Priesterin, gelege Frau. Meine Großmutterin war eine. Sie hatte das Symbol meiner Mutter und sie dann mir vererbt. Ich habe es vor den Kreuzrittern versteckt und kilometerweit von zu Hause hierher getragen. Ich will es wieder haben. Äh. Beschreibt mir dieses Symbol. Es war ein runder Sehbahnhänger mit dem Symbol von Selun. Sieben Sterne um die Augen einer Frau herum. Welche Beweise gibt es dafür, dass dieser Mann euer Symbol genommen hat? Wie gesagt, Lon hat das Symbol angestarrt, als ich es heute Morgen poliert habe. Er konnte seine Augen nicht davon abwenden. Er muss es gesehen haben, wie ich es in die versteckte Tasche meines Gepäcks gesteckt habe. Es ist unmöglich, dass es sonst jemand hätte finden können. Als ich mit ihm mein Gesch... Als ich mit meinen Geschäften fertig war und zurückgekommen bin, habe ich ihn dabei ertappt, wie er sich über meine Sachen gebeugt hat. Er ist dann mit einem schulbewussten Gesichtsausdruck zurückgeschreckt. Das Gepäck war aufgeschnitten und mein Amulett war weg. Kann ich euch beruflich sein? Ich trage die Verantwortung für diese Flüchtlinge und glaube, dass es hier Spannungen gibt. Dieser Mann, Lon, wurde Diebstahl vorgeworfen. Die Frau behauptet, er habe ein heiliges Symbol entwendet. Er hat mein heiliges Symbol gestohlen. Er hatte mehr oder weniger seine Hand in meinem Gepäck, als ich ihn erwischt habe. Ich habe in Riesinbert das Gepäck bemerkt. Ich habe nachgesehen, ob etwas entwendet wurde. Wie könnt ihr wissen, ob etwas fehlt, wenn ihr den Inhalt dieses Gepäcks überhaupt nicht kennt? Damit scheinen alle verfügbaren Fakten berücksichtigt zu werden. Es gibt eine einfache Lösung für all das. Lasst ihn uns suchen und sehen, ob ihr das Amulett bei sich trägt. Lasst ihn uns suchen und sehen. Wahrscheinlich durchsuchen, ob er das Amulett bei sich trägt. Das ist eine fadenscheidige Geschichte, Lon. Erzähl uns noch eine. Nehmen wir mal die 1. Lon, eure Erklärung erscheint mir nicht besonders glaubhaft. Vielleicht könntet ihr uns mehr darüber erzählen, was passiert ist. Er ist ein Dieb, der mein Eigentum gestohlen hat. Genau das ist passiert. Keiner von euch versteht mich. Ich habe früher auf einem Hof in der Nähe des Waldes gelebt. Ich hatte ein einfaches und leichtes Leben. Es hat mir nichts gefehlt. Ich konnte jagen gehen. Jetzt bin ich hier in einer Stadt und ich habe nichts mehr. Ich brauche Geld. Jeder hier hat sein Zuhause verloren. Ihr habt nicht das Recht, von anderen zu stehen, um euch ein neues Leben aufzubauen. Und dann dachtet ihr euch, ihr nehmt euch einfach, was ihr finden könnt. Ihr seid geheim meiner Dieb, sonst nichts. Alamiert die Behörden, Mönch. Nehmen wir die 2. Ich tue, was ich muss, um zu überleben. Ihr werdet mir nicht im Weg stehen. Oh, Werwolf. Wie kann ich? Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen da aufhören. Ich sollte Bertha über diese schreckliche Erfahrung sprechen. Erstmal das heilige Symbol. Weisheit plus 1 Gestalt wandern. Dieses silberne heiligen Symbol von Silo zeigt ein paar feminine Augen umgeben von 7 Sternen. Mhm. Gut, dass ihr hier wart, Herr. Ich weiß nicht, ob ich den Wehrwolf allein hätte besiegen können. Letztens Ende des haben wir getan, was wir tun mussten. Ich werde mich um Lons Körper kümmern um sicherzustellen, dass niemand verletzt wurde. Danke nochmals. Äh, Bertha ist jetzt hier oben. Bei den Göttern, das hätte uns alle die ganze Zeit töten können. Ich werde diesen schrecklichen Namentlich nie vergessen können. Niemals. Ich möchte dieses Amulet nicht einmal mehr sehen. Das wird mich nur daran erinnern, wen nahe ich dem Tod gekommen bin. Als Dankeschön haben wir Bertha hier einiges Symbol geschenkt, weil ich die Flüchtlinge vor Lons dem Wehrwolf gerettet habe. Und jetzt werden hier Ratten getötet. Rüstungsklasse 4. Oh, das ist ein schöner Muld. Ach nee, das macht... Bild. Oh, das verbessert meinen ETW und den Schaden. Ach, weil ich da dauerhaft gesegnet bin. Ja, dann sollte das Minsk tragen, weil Minsk trägt ein Grünstein-Amulett. Was jetzt auch nicht so wichtig ist. Wie kann ich helfen? So. Wie ihr wünscht. Jumbo und Schockwerke sind mit Flüchtlingen gefüllt und der Geruch von ungewaschenen Körper hält euch auf der Hauptetage. Okay. Frieden sei mit euch. Ich hoffe, dass ihr diesem armen Seele etwas Freude bringen könnt. Ja, Corwin, dann gehen wir mal wieder. Habt ihr ledig, wofür ihr gekommen seid? Der Möcher hat gerade andere Dinge in den Kopf. Wer wird sich uns nicht anschließen? Manchmal laufen die Dinge nicht am Plan, manchmal nicht. So ist das Leben. Okay. Dann können wir raus, hier. Ihr braucht nur zu fragen. Dann gehen wir jetzt hier hin. Ihr braucht nur zu fragen. Wieder mit ihr wollte ich reden. Die lauten die Durchkeiten, mein Herr. Offiziell Jengs wird Verstärkung schicken, soweit er kann. Gelobst du, Herr Hemm. Ich werde hier warnen, bis er eintrifft. Ich habe mir darüber nachgesagt, was ihr vorhin gesagt habt. Wir, und ich sehe das genauso. Wir müssen diesen Verhalten Einheit gebieten, bevor es zur Normalität wird. Jengs möchte versuchen, an diesem Flüchtling ein Ex-Support zu statuieren. Ich bin froh, dass ihr das versteht. Für die Faust ist es eine große Hilfe zum Wissen, dass ihr hier seid. Um uns zu helfen, bitte nehmt dieses kleine Zeichen meiner Anerkennung. Dank der Klarheit. Was für eine Schande. Das verschiebt mir in beides vor also unter Gerechtigkeit. Wir hätten das Risiko mit dem Kreuzzug in Kauf nehmen sollen. Los, verschwindet endlich. Euer Anblick macht mich krank. Ich glaube, die Flüchtlinge, ich glaube, die Flüchtlinge, ich glaube, dass die Flüchtlinge die erhaltene Strafe verdient haben. Jaja, ein Drang der Klarheit. Aber ja, ich, ähm, pausier mal hier kurz einen Moment. Ich würde nämlich gerne wissen, was es mit dieser Brille auf sich hat, bevor ich weitergehe, weil ich glaube, wir sind mit dem Teil bald fertig und kommen da nicht zurück. Das ist das Einzige, wo ich mich hier jetzt spoilern werde. Äh. Genau, Zaviaks Vision Quest. Was hat es damit auf sich? Ah, da, da, da. Da, 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 da. Also, ja. Es gibt neun Encounter und, ja, wir sollten einfach immer speichern, bevor wir den Encounter, mehr lese ich darüber jetzt auch nicht. gut, dann machen wir jetzt weiter. Wir haben die Quest abgeschlossen. Aufstieg Sarivox, da wird sich nichts mehr tun, das ist ja auch noch aus dem Hausspiel. Mein gestohlenes Vermögen, keine Ahnung, was ich da noch tue, sonst geht es klar genauso. Der Gauterungspan, Pan hier haben wir abgeschlossen. Das ist das, was ich gerade geguckt habe. Jetzt können wir noch das Essen abgeben und Sarivox Geheimnis irgendwann später lösen. So. Dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm, dumm. Ihr braucht nur zu fragen. Verdammt und zugenehm, wir werden niemals an unserem Ziel ankommen. Die Flüchtlinge und die Städte des Kriyama geben mir auf die Nerven. Ich habe die Vorräte, die ihr braucht. Ernsthaft, ich hätte nicht gedacht, dass sie zurückkommen würde. Diese Vorräte werden enorm helfen. Ich muss zugeben, dass ich nicht so jernhaft gehandelt habe, wie ich es hätte tun können. Danke, dass sie mir einen anderen Weg aufzeigt. Jetzt sehe ich, warum du bist der Hero von Baldur's Gate. Bless you. Bless you. Es gibt viele hier, die nicht so schnell vergessen. Hier, Here, take this gem. I hit it so Gerachin wouldn't get his greasy paws on it. Uh, don't ask where.